Ich nehme jetzt mal eine Mission, wo man mehr Helden-EP bekommt, weil wenn man die aufwerten will, dann ne? Und da ist auch ein epischer Miniboss, also Schwierigkeit vielleicht nicht ganz so hoch machen. Okay. Also ich glaube hoch. Okay. Oh guck, jemand hat sich verbessert, ich bin jetzt Blitz 32. Und das ist jetzt die Mission, wo der mit der Gitarre nach oben steigt. Oh. Cool. Also dem Bus. Mit dem Bus, die Gitarre. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Lass wir den Bereitschaft, um Sturmdaten zu sammeln, Kommandant. Starten wir den Bus. Mach ihn nochmal voll, wenn du so freundlich wärst. Ich muss wieder hoch in die Wolken. Wir sind auf dem Weg zu euch. Sammle auf jeden Fall alles Blue-Glow ein, das du findest. Ja. Kann ein epischer Miniboss, ja. Munitionsreserve. Verschwindet! Letzte Chance! Gute Arbeit! Weiter so! Mehr böse Ausgeschaltet! Mit unserem trojanischen Häschen haben wir, glaube ich, ein kleines Wettbrüsten angestoßen. Geht es um diese schrecklichen Hüllenbrüller? Ich dachte, das wäre ein Gerücht. Leider nicht. Leider nicht. Im Ernst? Hm. Einige der Überwachungskameras funktionieren noch. Sieh dir die Videos an, wenn du mir nicht glaubst. Videos? Achja, wir sollen jetzt, äh, Videos. Da sind Überwachungskameras. Ja, ich verteile die gehalten. Ich geh einfach weg. Hör, wieso? Ich bin noch da. Ich bin noch hier. Okay. Okay. Ich hab doch jetzt nur diese Kamera aktiviert. Hat das für euch jetzt auch gezählt? Genau so und nicht anders. Danke. Könnt ihr die hier dann noch aktivieren, wo ich stehe? Ja. Okay, dann mach das mal. Okay, die dann nicht. Such weiter. Ich weiß, dass einige Kameras noch in Betrieb sind. Okay, komm. Feuerwehr. Ich probiere was aus. Mh, fuck. Das war nicht so gut. Oh, eine Höhle. Was gibt es auf den Höhlen? Auf den Höhlen? Keine Ahnung. Ah, hier ist gar keine richtige Höhle. Das ist nur so eine, so eine Art Grotte. Ohne Wasser. Was soll denn das denn auf Höhlen geben? Auf nicht in, meine ich in Höhlen. Da. Hm? Was gibt's da? Ja. Ja, Kupfer und so. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Exacto Mundo. Oh, da ist ne Kiste, oder? Da leuchtet so. Ja. Okay, ich muss mal kurz was verwerten. Das kann ich mal wieder verwerten. Das da hin. Das ist so angenehm, dass man jetzt wieder sprinten kann, ohne und dauernd. Oh ja. Ich glaub da haben sich auch viele aufgeregt. Oh na! Oh no! Lasst unsere Festung in Ruhe. Damit beeindruckst du niemanden. Okay, wollte ich zwar nicht, aber okay. Was wolltest du nicht? Ach, ich habe jetzt hier gerade so ein Hüllennest kaputt gemacht, weil die mich halt angegriffen haben. Die haben angefangen. Die haben angefangen, ja. Was denn? Oh, ich habe zu langsam gebaut. Oder ich bin zu schnell gelaufen, je nachdem. Ich habe schon mal einen Blue Glow. Hier ist noch eine Lampe. Mal sehen, was wir da haben. Oh, das ist nicht gut. Eine hat ihren eigenen Energiewirbel? Das ist doch nicht fair. Ja, ach da, okay. Ja, genau gegenüber. Okay. Oh, ist das Loch? Oh ja, da ist immer schönes Zeug drin. Ja, ich will sie. Position. Hier ist ein kleines Geschenk. Äh, Stein. Das wird ein Höhlenlager. Ort des Schutzbunders entdeckt. Weiß nicht, habt ihr das auch? Mhm. Okay. Komm mal zu dir. Du zu mir. Du hast sie angezogen. So einfach. Ort des Schutzbunders habe ich jetzt aber nicht entdeckt. Ja, das war hier. Hier, der. Der hier hinten, der hier. Wenn ich hier herangegangen bin, habe ich wie in den Pub so einen gelben Ding bekommen. Und das war's, ich muss nichts machen. Jawohl. Dann wohl nicht, ne? Dann eben nicht, ja. Ich höre irgendwie noch viel hier, aber ich sehe keine. Wir sind unter uns, da unten. Konnte man irgendwie runterfahren, ja, ne? Äh, ja. Oh ja, das sind welche. Er wird eher wahrscheinlich drehen. Zum Beispiel ist Kohle. Ach, toll, du bist jetzt hier runtergelaufen. Ach, guck. Na, gönn dir. Ich hab's auch gesehen. Wo ist er da? Drohne? Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Hier ist, guck mal. Hat schon einer diese medizinische Vorräte gefunden? Ne, ne? Ich bin fertig. Sind das so Dinge zum Einsammeln? Das sind so vierkiste Kisten, wo dann halt so ein, ähm, wo zwei Verbände drauf sind. Okay. Holz, Holzküsten. Hier unten ist ein, ähm, da bei dem Ausrufezeichen, dem gelben. Das ist schön, dass man das Gefechtsabgleichen schon ganz schnell auf Ding hat, auf, ähm, Platin, ohne dass man überhaupt schon wirklich was gemacht hat. So, ich habe jetzt nochmal einen bekommen. Wo ist der Bunker? Ups. Ups, was? Ich hätte vielleicht was bauen sollen. Hm, hm. Der Sturm randaliert. Oh Mann, da schlägt nicht. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Ich habe wieder keinen Sound. Ja, das war's. Ich habe wieder runter. Ich hab jetzt. wie sehen die medizinische dinge aus dann sind die geholzgästen wo ein rotes Herz drauf gemalt ist und auf denen sind zwei Verbände hier unten ist eins ich weiß noch nicht ob es für euch schon wieder respawned ist das respawned ab und zu hier wieder wir sind als bonus jetzt habe ich zwar mehr gesundheit aber bin ich voll mit gesundheit ich glaube das limit wird nur erhöht hey ich bin Okay. Gut, wollen wir uns langsam an den Dings machen? Ne, ich suche immer noch die Kisten. Achso. Ja, ich auch. Also, wobei ich suche es quasi auch außerhalb, aber... Trotzdem. Bei mir ist eine. Gut gemacht. Wir können diese Vorräte gut gebrauchen. Okay, die eine habe ich jetzt. Out. Ja, wir haben halt schon alles aufgedeckt, ne? Ja. Also, wenn jetzt nichts mehr Fragezeichen, Ausrufezeichen mäßiges ist, dann müssen wir... Ja, da hinten habe ich auch noch eine. Dann müssen wir leider die nächste Messe machen. Unmöglich. Klasse! Das war die Wichtgelüste, Mann. Ich spawn doch neu. Wir brauchen noch etwas mehr. Upp. Kurze lang. Spitz, das sollte reichen. Danke. Ich kümmere mich um die Vorräte. Ja. Hast du auch alle fertig schon? Ja. Ja, hast du nicht schon noch. Mir fehlen noch drei. Okay. Ja, ich kann die, glaube ich, auch gar nicht für dich entdecken oder so, oder? Du, also, ich habe die hier jetzt gesehen alle, die waren jetzt alle irgendwie, äh, mit Dingen da, mit... ...ne weiße. Äh, mit Ausrufezeichen waren die alle da. Okay. Hast du welche auf der Map-Shadow, die... ...ausrufezeichen müssen? Wie welche hättest, würde ich da hinlaufen. Stell dir vor. 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 Stell dir gut vor. A-ah. Sturm-Daten wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Das ist nicht scheiße, wenn du bereit bist. Fange ich schon mal an zu bauen? Denkt daran, das ist ein epischer Minibus. ja ich mache mir teil was er noch eine kiste ich bewundere deinen enthusiasmus auch das zählt auch auch gott auch gott es es ja Erledigt! Und wo können die denn überall kommen? Die können halt auch hier hochlaufen, wenn sie von da hinten kommen sollten. Also zwei bis drei, alle ganz. Also müssen wir auch Dächer bauen. Ja. Oder halt oben Wände. Die Überwachungskamera habt ihr die auch schon? Du musst, glaube ich, sechs Stück finden. Dann habe ich die nicht. Dann nicht alle. Ich glaube erst zwei. Ich glaube ich auch, ja. Ich sehe auch kein Ausrufezeichen mehr auf der Map. Was ist denn? Was ist denn der blaue Punkt da hinten? Ja. 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 Dann komme ich mal zu euch. Mhm. Wir haben schon ein bisschen was vorzuweisen. Vielleicht gibt es auch nur begrenzt viele von diesen Dingern. Weil es ist halt... Das kann ja auch nicht sein. Wahrscheinlich musst du sowas mit den Laternen auch eher in der Stadt machen, weil dann sind halt vielleicht mehr da. die nächste Mission hätte ich gerne in der Stadt, aber ich muss ja noch den Papp besuchen. Ja. Lässt sich sicher einrichten. Äh, wo ist denn da? In die Richtung. Hallo, wie sieht's aus? Wie viel hast du? Drei. Wie viel braucht man? Vier. 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 Ach, scheiße. Vier. 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 Perno, nicht so viel, damit wir, falls noch was passiert, das nochmal reparieren können. Dann wäre ich soweit. Sie kommen! Sie kommen! Ich komme... Hab ich schon nicht angefangen? Nö. Achso, das ist ein Zufall. 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 Das ist komisch. Das war jetzt immer so. Wenn jetzt noch was bei dir aufkloppt, Shadow, irgendein Ausrufezeichen, dann gehst du einfach. Wir haben einen Bonus im Spiel. Bei mir... Ich glaub gar nichts auf, weil ich überhaupt nichts auf der Karte seh. Ich geh noch nicht mal auf ne Minikarte eure Zeichen oder irgendwelche anderen Sachen. Ich sag ja also... Manchmal ist es verpackt. Okay. Leute. Ich glaub. Äh... Unsere Festung wird angegriffen. Aro oben bei dir. Was seht ihr denn hier? Ach so. Boah, ich hab's noch nicht gesehen. Boah, ich hab's noch nicht gesehen. Okay, ich erschieß euch. Was? Ach so, Shadow. Oben bei dir, Aro. Der ist durch. Ah, zermalmert. Ich wünsch dir, das könnte ich. Aber das will mal den, weil ich muss den mit der Drachenwaffe töten. Mhm. Nur noch 30 Sekunden. Da müssen wir dann mehr Hotel machen, oder? Bonus-Herausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Ne, durch die Norm, ich weiß nicht. Aber ich habe schon nichts. Wir haben einen Bonus im Spiel. Wer ist vorbei. Wer ist ein ZD-F-Ger. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht mehr machen. Wir müssen heute also auf den Busses laufen. Bis zu Ende. Wurriger. Wer ist ein ZD-F-Ger. Oh, da hast du was. Ja, sehr episch der Boss. Ja, es war jetzt kein gehobener Schwierigkeitsgrad. Ich glaube ja. Weg mit dem Zermalma! Meiner. Das tut weh. Du bist kein Bär. Pass bloß auf! Kann ich nicht. Ich war ein Bär. Hm. Du bist ein Bär. Ich war es. Das ist so cool. kommt nicht wirklich viel hier bei mir nicht so da kommt nicht einmal du wärst ein tolles Haustier nur noch 30 Sekunden dieser Feuerschaden der da hinterher kommt ist schon schlecht eigentlich das gut jedes bisschen hilft weil er kommt halt dreimal deswegen brauchst du nur anschließen kann sich direkt im nächsten kümmern wenn man verrecken ja count down läuft 3 2 1 abschuss bonus herausforderung erfolgreich gute arbeit team gutes schweben las ja 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 Oh, eine Zentrifuge. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wenn ich jetzt die Kräuter anreiche. Geht aber trotzdem kein Unterschied zwischen Stufe 4 oder 5. Gute Nachrichten, Kommandant. Ich weiß ja, wie sehr du Erkundungen liebst. Deswegen habe ich den Außenposten ausgebaut. Manche raten ja davon ab, einfach so drauf loszubasteln. Aber ich sage... Was jetzt? Moment. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. System wird heruntergefahren. Labelserhaltungssystem geht in Standby-Modus. Genau. Also. Klar, verstehe. Könntest du mir mein iPad so schnell wie möglich? Dann könnten wir es verbinden. Mit dem Pub. Ja. Das wäre cool. So. 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 So.